Hallo zusammen, ich freue mich sehr, heute bei den TUX-Tagen präsentieren zu dürfen und möchte euch in den nächsten Minuten etwas dazu erzählen, wie man Open-Source-Projekte glücklich und bei Laune hält. Mein Name ist Florian Effenberger, ich bin seit fast 20 Jahren im Bereich der freien Software aktiv, habe das LibreOffice-Projekt und die gemeinnützige, dahinterstehende Stiftung Document Foundation mit ins Leben gerufen und arbeite heute als hier Geschäftsführer. Ich bin früher als freiberuflicher Journalist aktiv gewesen und wenn ich ein bisschen Freizeit habe, engagiere ich mich gerne im Bereich Infrastruktur, das ist mein Hobby, aber heute möchte ich euch aus der Projekterfahrung, auch insbesondere mit dem LibreOffice-Projekt, etwas dazu erzählen, was es für Fallstücke im Bereich der Projektorganisation gibt, auf was man aufpassen muss und welche Tipps und Tricks wir so in den letzten Jahren gelernt haben, um das Zusammenleben in Open-Source-Projekten, in Communities angenehmer zu gestalten und wie man sich so organisieren kann. Ich habe zu dem Thema schon mehrere Vorträge gehalten. Wer sich dafür interessiert, welche Rollen es in Open-Source-Projekten gibt, wie man dort seine Rolle findet und wie man da hineinwächst, für den ist der erste Link interessant. Und zur Frage, wie so ein Projekt sich eigentlich organisiert, wie das alles funktioniert und warum das alles funktioniert, das findet ihr im zweiten Text. Heute möchte ich ein paar praktische Tipps aus dem Projektalltag mitgeben, euch erklären, wie man Konferenzen organisiert, wie man Produkte und Conference-Goodies weltweit verschickt und auf was man achten muss, wenn man Reisekosten erstattet. Also ein paar ganz praktische Tipps aus dem Alltag eines Open-Source-Projekts. Ganz am Anfang steht die Frage, dass Open-Source-Communities ja doch sehr speziell sind. Und ist das nicht alles so ein bisschen anders? Dort ist das nicht gleich sogar ein bisschen einfacher. Mitnichten. Natürlich sind die Projekte sehr speziell, aber gerade in rechtlicher Hinsicht oder bei der Frage, wie ich administrativ damit umgehe, sind sie das eigentlich gar nicht. Sie haben sicherlich einige Vorteile. Als gemeinnützige Organisation zum Beispiel bin ich steuerbegünstigt, hat aber auch Nachteile. Ich kann zum Beispiel als gemeinnützige Organisation für diesen begünstigten Bereich wieder keine Vorsteuer erzielen. Also hat alles sofort Nachteile. Und dann seht ihr hier unten eine ganz lange Liste an Themen, wie Steuern, Buchhaltung, die DSGVO ist genannt und, und, und. Da sind ganz viele Punkte dabei, die betreffen auch Open-Source-Projekte. Und eben so wie jede andere Firma auch. Da gibt es also keinen Bonus. Das ist da gar nicht so viel anders bei einem Open-Source-Projekt im Vergleich zu einer normalen Firma. Es gibt vielleicht ein paar Vergünstigungen, aber die grundsätzlichen Fragen, die grundsätzlichen Probleme, die sind da sehr vergleichbar. Bei Open-Source-Projekten ist es vor allem so, dass die Ehrenamtlichen, aber zum Teil auch die Mitarbeiter, sich natürlich auf das direkte Beitragen konzentrieren, auf direkte Beiträge zum Projekt. Und das Ermöglichen von Beiträgen und dieser, ich habe es mal etwas in Anführungszeichen als Verwaltungskram bezeichnet, dass das gar nicht so weit oben auf der Tagesordnung steht. Und das ist ein großer Unterschied zu manchen Firmen, die da ganze Abteilungen dafür haben oder dedizierte Leute, die sich damit auseinandersetzen. So etwas findet man in Open-Source-Projekten noch nicht ganz so häufig. Und gerade deswegen im Folgenden so ein paar Best Practices, ein paar Tipps und Tricks, was wir so die letzten Jahre an Erfahrungen gesammelt haben, in der Hoffnung, dass das euch in eurer Projektarbeit ein bisschen helfen kann. Fangen wir an mit dem Reisen. Reisen ist anstrengend. Gerade jetzt, wo die Pandemielage es wieder zulässt, gibt es viele Konferenzen. Es werden viele Konferenzen veranstaltet. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn man mal den lokalen Kreis oder Europa verlässt. Denn nicht jeder kann oder will zu bestimmten Zielen reisen. Das geht schon damit los, dass ich für manche Länder ein Visum brauche, dass ich mich da überhaupt erst mal auf den Weg machen muss, dass ich das beantragen muss, dass das Formalien mit sich bringt, dass das Geld kostet. Und dieser Luxus, den wir hier in Europa haben, mit der EU, mit Schengen, den habe ich eben nicht überall. Und dann gibt es natürlich auch Länder, die können nicht so gut miteinander. Da ist dann eine Einreise schwieriger. Oder auch das hatten wir schon, dass sich bestimmte Leute an einem bestimmten Ort gar nicht so wohl gefühlt haben. Das muss man also bedenken, je größer das Projekt wird, umso schwieriger wird es dann, einen Ort zu finden, der passt. Wenn ich jetzt sehr stark in Amerika aktiv bin, bieten sich die USA natürlich an. Wenn ich in der EU vertrete, dann ist der Schengenraum interessant. Bin ich in Asien aktiv, ist natürlich der asiatische Bereich interessant. Wenn ich aber eine Mischung habe aus allen Ländern, in denen Leute beitragen, dann wird es schwierig. Denn dann wird immer einer lange reisen müssen. Irgendeiner hat immer viele Formalitäten zu erledigen. Und das muss man irgendwie damit einberechnen. Man muss einfach Lösungen finden, vielleicht auch, indem man jedes Mal in einem anderen Land oder in einem anderen Kontinent eine Veranstaltung abhält. Was dann dazu kommt, bei Veranstaltungen ist es so, für ein Visum brauche ich häufig eine Sicherheitsleistung, die da geleistet werden muss. Das sind zum Teil so um die 10.000 Euro. Das soll dann Versicherungsfälle abdecken und Ähnliches. Es muss zum Teil jemand bürgen, es muss ein Einladungsschreiben verfasst werden. Und das kann ich in der Regel nur dann machen oder wird in der Regel nur dann anerkannt, wenn ich auch in dem Land bin, in dem die Konferenz stattfindet. Wenn ich also als eine deutsche Organisation eine Konferenz in Frankreich beispielsweise durchführe, kann ich zwar so ein Einladungsschreiben ausstellen. Für ein Visum wird es aber nicht genügen. Es wird nicht akzeptiert. Deswegen der Tipp, organisiert das Ganze über einen lokalen Veranstalter. Der kennt die Regeln, der hat vielleicht auch die Kontakte zu den Ministerien, der kann auch die entsprechenden Versicherungen abschließen und der hat auch die Möglichkeit, diese Einladungsschreiben so zu erstellen, dass sie dann auch anerkannt werden. Das hat man häufig nicht am Schirm, aber ist ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten Konferenzen, wo Leute nicht anreisen konnten, weil dieses Einladungsschreiben eben nicht oder nicht zeitnah da war oder nicht in der richtigen Form. Das ist zum Teil eine Wissenschaft für sich. Wenn das geklärt ist, muss die Reise natürlich angetreten werden. Und auch da ist es so, wenn Leute von weit her kommen, kostet das ganz viel Geld. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, mal eben so einen Flug und so ein Hotel vorzufinanzieren. Hier empfiehlt es sich, die Erstattung schon dann zu machen, wenn die Kosten anfallen. Nicht erst nach der Konferenz, dass der Zeitraum, den die Leute das Ganze überbrücken müssen, deutlich kürzer ist. Denkt dabei auch an die verschiedenen Länder und an die verschiedenen Währungen und die Einkünfte, dass eben in manchen Ländern Dinge sehr teuer sind für jemanden, der aus einem anderen Land kommt. Und da muss das Ganze entsprechend vorfinanziert werden. Wovor ich warnen würde, ist, die Dinge direkt zu buchen. Das kann man im Einzelfall schon mal machen. Das Risiko ist aber, dass man dann ganz schnell zum Reisebüro wird. Dann möchte jeder sein Hotelzimmer umgebucht haben, möchte dies, das und jenes noch. Und das kann, das wissen wir aus eigener Erfahrung, sehr, sehr schnell in einen Vollzeitjob wenden. Würde ich also nicht empfehlen, sondern wirklich nur in Härtefällen das anbieten und nicht regulär anbieten. Dann ist es so, die Reisekostenerstattung, die brauchen wir häufig noch auf Papier. Das Finanzamt möchte das so. Die möchten das auf Papier, die möchten das unterschrieben haben. Das ist ein gewisser Aufwand, das bringt gewisse Postlaufzeiten mit sich, kriegt man aber einfach nicht ganz weg, wenn es die entsprechenden steuerlichen Erfordernisse sind. Jeder Tipp, legt euch ein System zu, ein Formular, wie ihr diese ganzen Erstattungen aufbereitet, damit ich schon bevor ich das Ganze in die Post gebe, weiß, ob der Antrag richtig ausgefüllt ist, ob irgendwas fehlt, damit ich das Ganze nicht nochmal wiederholen muss danach. Das Versenden kann ich vielleicht nicht abnehmen, aber ich kann zumindest dafür sorgen, dass der Antrag gut ausgefüllt werden kann und ich das eben nur einmal machen muss und das Ganze nicht wiederholen muss. Wenn ich dann die Reise gebucht habe, wenn ich meine Einladungsscheiben habe, wenn ich mein Visum habe, dann sollte man trotzdem daran denken, die Leute sind ja häufig ehrenamtlich vor Ort. Das heißt, wenn man so möchte, sie spenden ihre Zeit, sie setzen ihren Urlaub dafür ein. Und auch das ist sehr unterschiedlich in den Ländern. Während man zum Beispiel in Deutschland eher viel Urlaub hat oder viel Urlaub haben kann, ist das in Amerika nicht der Fall. Und auch in anderen Ländern sieht das anders aus. Das heißt, die Menge an Zeit, die Leute hier aus ihrem privaten Urlaub investieren, um auf so eine Konferenz zu fahren, die ist sehr unterschiedlich. Deswegen sollte man auch da gucken, wer ist denn meine Zielgruppe, wer kommt denn vor Ort und vielleicht auch am Wochenende planen oder zu familienfreundlichen Zeiten, nicht in der Hauptferienzeit, nicht um Weihnachten, um einfach den Leuten zu ermöglichen, auf eine Konferenz zu kommen, aber das Familienleben nicht zu sehr zu beeinflussen. Auch wenn das geklärt ist, gibt es weitere Hürden. Reisen kann nämlich sehr anstrengend sein. Deswegen ist man immer gut beraten, den Veranstaltungsort so zu wählen, dass er gut erreicht werden kann, dass möglichst ein Flughafen in der Nähe ist, dass ein Bahnhof in der Nähe ist, dass das Ganze möglichst viel ohne Umsteigen geht, dass ich also einfach sehr entspannt anreisen kann. Das ist gar nicht so einfach, aber wer schon mal einen längeren Trip gemacht hat, mehrfach umgestiegen ist, da mal den Flieger verpasst hat, der weiß das zu schätzen, dass man eben die Möglichkeit hat, hier sehr einfach an den Zielort zu kommen. Deswegen auch das sollte man am Schirm haben. Und selbst wenn ich das geklärt habe, ist es so, dass gerade Fernreisen Leute mitunter überfordern oder auch ängstigen können. Jemand, der vielleicht nicht der englischen Sprache mächtig ist, jemand, der nicht häufig unterwegs ist, der ist ganz, ganz schnell überfordert, auch mit diesen ganzen Formalien. Was ich mir empfehle, bereitet euch ein ausführliches, sogenanntes Conference Cheat Sheet vor. Da kommen all die wichtigen Dinge rein, ein paar wichtige Sätze in der Landessprache, Informationen, wie ist das im Restaurant, gibt man Trinkgeld, wie funktioniert der Nahverkehr, kann ich im Restaurant die Rechnung teilen, alle solche Dinge würde ich da reinschreiben. Das gibt ein gutes Gefühl für die Leute, die vor Ort kommen, das hilft ein bisschen und kann ein bisschen von dieser Angst auch einfach nehmen, wenn jemand, der vor Ort ist, Tipps und Tricks gibt, wie man das am besten macht. Hilfreich kann auch, je nach Konferenz sein, ein Shuttlebus einzurichten und ein Abholservice vom Flughafen, gerade wenn der Konferenzort ein bisschen weiter weg ist, bietet es sich aber nicht in allen Fällen an, kommt ein bisschen auf dem Einzelfall drauf an. Und dann ein praktischer Hinweis, man kann auch im Ausland krank werden und was viele nicht wissen, das ist nicht immer von der Krankenversicherung abgedeckt. Wir hatten auch Fälle, da waren Leute von weit her angereist, sind dann krank geworden, sind ins Krankenhaus gekommen, dann war die Frage, wird das bezahlt. Deswegen der Hinweis, eine Reisekrankenversicherung abzuschließen, zumindest hierzulande, kostet die 12, 13 Euro im Jahr oder geht bei 12, 13 Euro los, ist nicht teuer, deckt dann aber auch das Ausland mit ab. Das würde ich dringend empfehlen für den Fall der Fälle, dass man einfach abgesichert ist. Wenn das alles geklappt hat, gibt es immer noch Herausforderungen für Konferenzen. Denn Communities sollten inklusiv sein. Das heißt, ich sollte auch darauf achten, dass Leute, die vielleicht nicht so mobil sind, die eingeschränkt sind, die im Rollstuhl sitzen, die blind sind, dass die die Möglichkeit haben, an der Konferenz teilzunehmen. Nur so ein paar Stichwörter, es geht um die Räume, die Raumgröße, die Sitzanordnung, es geht darum, gibt es einen Treppenlift oder gibt es einen Aufzug oder gibt es nur Treppen, die Türbreite, Toiletten sind ein Thema, dass es behindertengerechte Toiletten gibt. Wenn ich also inklusiv sein möchte und Leute auf der Konferenz haben möchte, dann sollte ich auf sowas im Vorfeld achten und das natürlich auch kommunizieren. Und dann noch ein kleiner Hinweis, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich möchte auf keinem Konferenzfoto sein. Und das ist ganz, ganz schwer, das im Nachhinein auszufinden und diese ganzen Bilder durchzugehen. Deswegen biete doch den Leuten zum Beispiel mit dem Namensschildchen oder mit dem Armband an, zu kennzeichnen, wenn sie nicht auf dem Foto sein möchten. Durch eine Farbe, durch irgendein Zeichen, durch eine Aufschrift, dass man sehr schnell sieht, die Person möchte bitte nicht fotografiert werden. Das macht es auch leichter, nachher das Ganze in der Konferenz zu berücksichtigen. Auf der Konferenz kann auch immer was passieren. Deswegen ein kleiner Tipp, hab einen Notfallplan. Das geht los, dass am Veranstaltungsort Defibrillatoren sein sollten. Wir hatten schon mal den Fall, dass jemand umgekippt ist, dass es Gott sei Dank auch einen Defibrillator dann vor Ort gab. Das hat geholfen, dass man zumindest eine Person hat, idealerweise mehrere, die erste Hilfemaßnahmen durchführen können. Es kann immer was passieren, wenn dann jemand da ist, diversiert ist, die Ahnung hat, das kann wirklich Leben retten. Das würde ich also jedem empfehlen oder nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs machen im Vorfeld einer Konferenz, dass man einfach auf der sicheren Seite ist. Auch beim Catering können Dinge ganz schön herausfordernd werden. Manche Leute dürfen bestimmte Dinge nicht essen, manche Leute wollen bestimmte Dinge nicht essen und auch da sind die Vorstellungen in den Ländern ganz unterschiedlich. Wir hatten mal den Fall, dass ein vegetarisches Sandwich mit Schinken war und die Veranstalter gar nicht verstanden haben, wo jetzt das Problem liegt. Das muss man also im Vorfeld klären. Es gibt dann Allergien, es gibt auch religiöse Gründe, warum Leute bestimmte Dinge nicht essen. Das sollte ich am Schirm haben, sollte darauf aufpassen und das auch im Vorfeld vielleicht abfragen, ob jemand hier ganz besondere Wünsche hat oder auch einfach Dinge nicht mag. Das ist ganz, ganz wichtig. Und heute sehr beliebt, Hybrid-Konferenzen. Auch das geht sehr, sehr gut. Das geht vor allem dann gut, wenn sich das geografisch nicht so weit verteilt, was wir festgestellt haben. Wenn wir Teilnehmer aus aller Welt haben, dann ist das gar nicht so leicht, wenn ich da nur einen Server habe, der zum Beispiel in Deutschland steht, nicht wegen der Kapazität, aber wegen der Anbindung. Hier kann es hilfreich sein, wirklich einen Relay-Server einzurichten, der also den Inhalt der Konferenz, der das Livestreaming in verschiedene Länder überträgt, damit Leute auch einfacher teilnehmen können. Das kommt ein bisschen auf die Konferenzgröße an, was man so eingerichtet hat, aber das sollte man am Schirm haben, dass das vielleicht international gar nicht so skaliert, gerade bei vielen Teilnehmern, wie man sich das erwarten würde. Auf einer Konferenz, da gibt es auch Gadgets, da gibt es Goodies und Leute, die nicht kommen können, die wollen die gerne haben. Das sind T-Shirts, das sind vielleicht kleine Präsente, die man da verschenkt oder es kommt auch vor, dass jemand im Projekt arbeiten möchte, aber dazu ganz spezielle Hardware braucht, zum Beispiel einen speziellen Bildschirm oder einen speziellen Laptop und als Open-Source-Projekt kann man die Sachen ganz gut rausgeben, kann man die ganz gut verleihen und das den Leuten eben zur Arbeit im Projekt geben. Ich würde das zunächst mal anbieten. Aber man darf den internationalen Versand nicht unterschätzen. Das geht auch wieder in Europa relativ gut, ist ein bisschen eine Preisfrage, das geht aber. Geht das Ganze aber ins Ausland, habe ich deutlich mehr Aufwand mit dem Versand. Da ist auch noch ein Zoll dazwischen und man kann das schon alles selber machen, aber es ist gar nicht so trivial. Deswegen würde ich mir empfehlen, sucht euch jemanden, der a. den Versand abwickeln kann und der b. auch die Zollabfertigung machen kann. Gerade beim Versand ist es so, es gibt bestimmte Länder, da gehen Pakete gerne mal verloren oder es werden irgendwelche obskuren Gebühren für den Empfänger fällig. Und wenn man einen Dienstleister an der Seite hat, der das eben professionell betreut und professionell durchführt, dann ist das viel, viel einfacher. Und auch der Tipp, sich einen externen Lagerplatz zu suchen, denn irgendwann ist der Keller voll und ich glaube, da leiden ganz, ganz viele Projekte drunter, dass sie keinen Stauraum haben. Man kriegt gerade in größeren Städten doch sehr gut Stauraum. Das würde ich also auf jeden Fall empfehlen. Und mit dem Dienstleister, mit dem Versanddienstleister abkennen, dass dem Empfänger eben keine Gebühren in Rechnung gestellt werden. Das kann nämlich sehr schnell, sehr teuer werden, wenn man das nicht richtig macht. Und da können Dienstleister auch helfen. Ein kleiner Tipp noch, es kann hilfreich sein, direkt im Zielland zu bestellen. Es ist manchmal einfacher, dort vor Ort zu kaufen, als das in Deutschland zu kaufen und dann zu verschicken. Also auch das kann sich anbieten. Es kann schneller sein, es kann günstiger sein, das einfach direkt im Zielland zu machen. Ja, zu guter Letzt, wir hatten das Thema Reisekosten, wir hatten Aufwandsentschädigung. Leute geben, wenn sie auf eine Veranstaltung kommen, wenn sie sich einbringen, geben sie ihre Zeit. Aber sie sollten dafür nicht auf den Reisekosten sitzen bleiben. Und das geht in Deutschland und in Europa wieder ganz gut. Gut, aber international ist es wieder deutlich schwieriger, denn das Bankensystem ist nicht immer so einfach. Es gibt Länder, da sind die Sachen ganz anders. Da ist auch so eine Kontüberweisung gar nicht so einfach. Deswegen hier der Tipp, sich verschiedene Zahlungsdienstleister zu suchen, die für die einzelnen Länder zuständig sind, sich vor allem eine komponente Bank zu suchen. Auch da gibt es sehr, sehr große Unterschiede, wie die mit Auslandsüberweisungen umgehen und immer dann denken, die Gebühren für den Empfänger zu bezahlen. Denn auch eine Reisekostenerstattung, wenn die Gebühren geteilt werden, kann schnell mal 30, 40, 50 Euro an Gebühren kosten. Und das will man da eigentlich keinem zumuten. Ja, das war es schon von mir. Kleiner Überblick an praktischen Erfahrungen in Open Source Projekten, gerade in Bezug auf Konferenzen, auf was man achten muss, was es für Tipps und Tricks gibt und welche Fallstücke es gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Fragen hat, der findet zum einen mehr auf meiner Webseite. Da habe ich verschiedene Themen angesprochen und natürlich auch gerne im Kontakt. Der Vortrag hier ist aufgezeichnet. Deswegen gibt es leider jetzt keinen Live-Chat mit mir, aber ich stehe auch nachher für Fragen gern zur Verfügung. In diesem Sinne, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann.